Schalalalalalalalalalalala Schalala Schalala Weppa Weppa Nein! Hu 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 Woo the fucking hoo, es klappt wieder Okay, der da fällt Der da will... Fallen, danke Und Der da Hui Speicherpunkt Ah, ich will mal nur Sekunden ruhig, sondern mehr in Schnitt Und weiter gehen wir jetzt Dumm dumm Das ist nicht nett Vor allem nicht, wenn man die ganze Zeit einfach nur... Oh Gott Killt die Tür mich Kann ich in die Tür rein? Mach die Tür irgendwas Ist das echt so einfach, wie es gerade aussieht? Nein, ist es nicht Okay, dann will ich Da wahrscheinlich runter Und da auch und... Ne, ich witzig Ähm Da rein, da runter, da runter Haha Haha Ach, Kacke Ich dachte, hier wäre keine Gefahr Haha, so, hier runter Aber das sieht... Wenn ich den Doppelsprung beherrschen würde... Irgendwie... Ja, das ist bestimmt total einfach So, geh da weg, du Lamp da So, da runter Aha Jetzt aktiviere ich euch und geh weg Jetzt geht es hier... Oh Gott Und... Das ist nicht nett, Leute Nein, das ist nicht Und, können die dadurch feiern? Ja, können sie Juhuuu, es wär toll Ja Gonna be... Awesome 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 Ja, ist so ein Wort, du hast benutzt Ich in letzter Zeit viel öfter als... Wumsti Bombs oder sowas? Wumsti Bombs Wo ist die Macht des Wumsti Bombs? Wenn man sie mal... Äh... Hahahaha Wieso geh ich eigentlich immer hier rum? Weil ich kann die erledigen Ich könnte die beide erledigen Und geh dann ganz entspannt da lang Okay Nehmei rollen Plan Und Emero weiß, dass unser Plan nicht gut ausgehen wird Ähm... Hepp Hätte ich fast vergessen Hepp Hätte ich auch fast vergessen Hepp Habe ich springen vergessen? Von allen Sachen, die man vergessen könnte Vergesse ich doch springen Ich könnte auch schießen vergessen Oder dass... Dass da oben Stachel ist Hallo Danke Aber nein, ich vergesse ja wie man... Springt Zur Hölle mit dir Ich will die erledigen Ich will die erledigen Haha Und dann in dem nicht vorhandenen Blut dieser Flammenbahn Oh, ich rede schon wieder von Blutbädern Das ist nicht gut Ich weiß genau, warum ich schon wieder von Blutbädern rede Weil ich gleich einen veranstalten werde Und wenn die so weitermachen Wee Hepp 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 Was seid ihr? Ihr seid tot. Tot für mich? Okay, muss ich da rüber, oder? Was gibt's denn da unten? Lasst uns mal erkunden. Da ist er tot. Oh, das ist ja einfach. App, save, weiter geht's. La la la, oh gohohohoho. Sind die hier überall an der Decke? Komm ich da rein? Okay, es geht hier oben lang. Die bricht auch ein, ne? Ja, geil. Okay, es gibt 8 Blöcke, 8 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er. Dann hält der auch, die halten alle nicht. Nein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einer ist fake. 3, 4, 5, 6. Die sind echt. Oh Gott! Diese Flammenviecher sind ja mal krank. Sag. Nein. Ja. Nein. Nein. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schalala. Yala, 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 yala. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles geht abwärts. Der Emero vermutet, dass das hier der echte Eingang ist. Hier ist er. Dann geht's hier runter. Und hier runter. Und hier weiter. Und das sieht eigentlich wieder recht einfach aus. Ich könnte mich aber auch irren. Oh, das ist... öhh, Ninjis. Save Point. Entschuldigung, aber das ist grad mal echt einfach. Lalalala. Save ich hier nochmal. Und ich save hier nochmal. Dödödödödödödödödödöd. Was geht jetzt ab? Ähm. Es ist schon mal schade, dass man das nicht hört, das läuft Toho-Musik. Die werde ich auch so unterlegen, damit ihr genau wisst, von welcher ich rede. Es gefällt mir nicht, auf dieses Raumschiff hier angewiesen zu sein. Oh Gott, und ich glaube, jetzt dürfte klar sein, warum jetzt auch Musik läuft. Kann ich denn dich skippen? Nein, ich kann dich auch nicht skippen. Okay, komm hier runter, buddy. Oh, wow, 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 wow. Was machen die gelben Teile? Was machen diese Meteoriten? Und wieso kann ich den gelben nicht ausweichen? Das ist ein Mysterium nach dem anderen. Und wieso sitze ich auf diesem Raumschiff hier? Und wieso fliegt da ein Dämon? Ein Gargoyle. Was macht ein Gargoyle hier? Oh Gott. Gargoyle. Jawoll, gib mir gleich jetzt dein Dan-Marco. Oh mein Gott, ich hab mich so auf Toho in den letzten Tagen gefreut. Und jetzt gibt ihm in Toho. Ich hab' mir überhaupt nicht ge- Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jawoll, rennen wir in das Dan-Marco rein. Ähm, ähm, irgendwer hatte mal irgendwo geschrieben, dass ich das Wort Dan-Marco nicht mehr sagen kann. Dan-Marco, 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 Dan-Marco. Oh, kriegt ihr das? Oh shit, falsche Tatsa. Ähm, Bands. Zack, 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 Gargoyle. Oh, awesome. Bounce. Okay, wie mach' ich dich denn am besten? Wo war'ne shoot you in your face? Und jetzt machst du da einen, okay. Ich krieg's nicht hin. Ich hab' keine Ahnung, wie ich diesen Kack aussiege. Okay, ich weiß es schon, das ist ja nicht gerade schwer, aber... Stell mich grad' mal total blöd an. Okay, wieso fliegst du jetzt da lang? Bist du eben auch da lang geflogen? Okay. Okay. Gargoyle in space. Mach' natürlich perfekt Sinn. Ähm. Ich spiele meine Dan-Marco ist nicht horizontal. Das ist ein riesen Nachteil. Und wer schickt mir dann Asteroiden hin? Ne, verrät mir jetzt bitte, was ich mit diesen orangenen Teilen mache. Die mich ja scheinbar irgendwie verfolgen tun. Da kommt der Gargoyle. Und da geht er nach rechts. Und da fliegt er nach oben. Und wieder runter. Ungefähr. Jetzt. Dann schieße ich ihm in Gesicht. Da. In your face. So, und jetzt gibst du dir noch ne Runde. Okay, das ist natürlich nett. Dann gibst du gleich noch eine Runde. Und ich denk mir, hey, das geht alles so gut. Ich spring mal in den Langriff rein.